Schönen guten Tag. Ich spreche mit Christoph Brunner. Ich rufe an und zwar im Zusammenhang mit der Fin2Win-Aktion und ich darf schon fast sagen, die unbezahlbare Überholung von ihrem 6.350 Valtra. Mein Name ist Christoph Brunner. Ich bin 39 Jahre alt. Der Hof geht bis ins Jahre 1704 zurück. Die Geschichte des Hofes. Also immer mit den gleichen Nachfahren. Ich habe mich eigentlich nie Gedanken gemacht, irgendwas anderes zu arbeiten, weil mir das einfach so Spaß macht, in der Land- und Forstwirtschaft zu arbeiten. Ich bin im Internet auf der weiteren Seite auf das Win2Win-Gewinnspiel aufmerksam geworden. Ich habe dort meine Kontaktdaten. Da habe ich nie daran gedacht, dass ich jemals da als Haupt den Hauptgewinn machen werde. Ich darf heute die Übergabe offiziell machen und darf Christoph Brunner den Schlepper, ja den alten mitnehmen und den neuen, den Übergangstraktor zur Verfügung stellen. Heute ist der große Tag. Du kriegst deinen Austauschstraktor vom Hauptgewinn, Win2Win. Christoph fährt einen Valtra 6.350, weil er in sehr guten Zustand ist. Man sieht, dass der sehr gepflegt worden ist. Der Traktor ist mittlerweile 16 Jahre alt. Seit dem Jahr 2005 hat derzeit 9.500 Stunden. Am Traktor sind einige Arbeiten notwendig. Dazu gehört die Wasserpumpe zum Beispiel getauscht. Die ist ein bisschen und dichter und hartes Spiel. Dann natürlich die ganze Lackierung. Also das beginnt bei den Felgnern bis hin zu der ganzen Chassis. Ja, also die Hubschrauben ist auch nicht die, die sich verstärken lässt. Die Radlagern sind ganz leicht umgelegt. Okay, die prüfen wir natürlich. Aber auch in der Innenausstattung mit dem Sitz und die ganze Innenausstattung ist natürlich jetzt abgegriffen durch die 9.500 Stunden Arbeit, die der Traktor schon durchgeführt hat und diese Punkte müssen wir jetzt, oder werden alle getauscht. Ja Christoph, das ist jetzt eine neue Überblickungsmaschine, ein G125, also die neue G5-Serie, was es uns seit voriges Jahr gibt. So Christoph, jetzt haben wir den Traktor durch erklärt. Du kennst dich jetzt aus und und somit tauschen wir die Plätze und wünsche dir eine gute Fahrt damit. Ich muss sagen, der Gewinn ist für mich heute noch irgendwie unglaublich. Ja, nach der Rückkehr ist zum Ofen, dass ich mit dem Traktor noch einmal die 9.500 Stunden zusammenbringe. ... ... ... Vielen Dank.